gewinne betrete frektschöpfe und wir kommen zurück gefälligte freut das kenne ich nicht meinst du aus seiner gegend gewölle kann ich kenne Katzen hast du nicht oder hat das er meine hochgesuchte Wolle ach so okay das sind gewölle wir spielen schon wieder verstecken es ist schon wieder so wie vorhin ja Martin hat ja auch noch den Heil glaub ich an ach so ja weil ich eben so wie es aussieht ja kai ist ich nach Zufall entschieden worden nein das nicht naja nicht ganz guck mal was hatte ich da was habe ich da in der Hand ne Hake es sieht an komisch eine sehr altertümliche Hake aber hatte ich das erst mal frei weil wenn würde ich das auf Taucher haben nicht auf Heim müssen wir gleich noch mal gucken meinst du das tut weh guck mal bleib mir stehen guck mal es gibt ich glaube ja also das tut mir tut er bestimmt wie wenn er hat eine Heimlich in der Probeinbar ist er ist ja auch nicht nicht schon wieder wo haben wir hätte ich gern Perspektive ist echt wie es ist so schwer zu erkennen kleine Viecher Perspektive weiß es kann ähm die Perspektive des weißen Hais ähm ich vermisse nur noch was Gold ähm h war das aber nicht diese Mediös jetzt mal ganz ehrlich in rei die Europäische er kann sich mal verstecken die heftig alles ist geschehen so bewegt ihr euch wenigstens, oder? Ja, siehst du doch, oder? Wenn ich sehen würde, dann würde ich euch schon am Arsch gehen Ja, du kriegst doch hier die Melde Ja, als zumindest, dass du halt verstößt Ja, gut, klar, kann dann verschiedene Orten sein Kann Ja, ja, ja Wenn man nicht gerade einen Dirac so dann auf ist, der gerade seine fast die ganze Karte leer gelootet hat Ja, ja, genau Da liegt meistens alles verstreut So, ähm, ähm, ähm Boah, das ist aber schwierig Ist ja sehr übertrieben Ja, wo ist denn der Hai? Ja, wo ist die? Fischi, Fischi, Fischi Fischi Tobi Boah, sieht alles gleich aus Richtig heftig Ach, du Kacke Na, Tobi sei hinten, alles klar Gut Hä, wie seht ihr denn? Ich muss mal kurz Ich muss mal kurz Gange der Kugel Ich muss mal kurz Gange der Kugel Der hört sich an wie eine schwangere Frau Ich hab schon das, das Flossenschlagen hören gerade Und drücken Und drücken Genau So Ah! Wo ist denn? Wo ist denn? Ein Löhchen Ah, shit Oh ja, weiter Schätze sammeln Ohne auf den Hai achten zu müssen Ja, ja Für so eins landet, das dauert jetzt Ewigkeiten Das ist schön Das ist ja gut Ja, das ist sehr schön Ich finde das, wenn ich nicht heil bin, fühlt das außerordentlich entspannt Ja, das glaub ich The reining man Äh, hi Uff So, ich glaub ich hab genug Schätze gesammelt Ich setze mich zu oben Das ist schön Das ist schön Ich muss doch mal gucken, wo hier Tobi noch nichts gesammelt hat Ey, du hast ja alles abgegrasen Du Du hast doch von mir angefangen Oh Ihr seid beide Diebe, alles okay Oh 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 Hi, 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 hi Was? Warte mal Oh Ich sag nix Äh, scheiße Ola Schwierig zu sehen Scheiße, das sieht alles so gleich aus von Farben und so Richtig heftig Uh, Farben Also, Martin, echt Also, das war gerade echt knapp, ne? Ja? Scheiße Mir geht es schon lange genug her, ne? Aber, äh Holla Echt wirklich? Ach du Scheiße, ey Oh ne Ja, nee Also, ich glaub du hättest nur, äh, nach, äh Äh, wo war das vorhin? Nach rechts unten gucken müssen Dann hättest du mich gar... Ach, scheiße, ey Fuck, miss Aber du hast lieber nach unten geschaut Ja, scheiße, ey Äh, das ist leider so Das eingeschränkte See macht Wissenvermögen eines Heiß, hier ist es wirklich da Naja Das ist echt heftig Ah, ich hab ihn gesehen Wo ist denn, 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 wo ist denn? Ah, da Ah, das... Das ist aber nicht der, den du gesehen hast Hahaha Im letzten Moment Boah, das ist aber jetzt so schwer, tue mich, der konnte das ganze Knie Da müssen wir euch das Glück, das... Oh, da liegt jetzt ganz viel Gold Hahaha Ja, komm, hol's dir, hast du Ach, das geht nicht mehr Huch, hu Scheiße, das ist aber Huch, hu, hu Im letzten Moment Oh Ja, ja, trotzdem Schön, das ist so schön Das kam sehr überraschend Ja, aber ich bin da, ich bin da noch hingespungen Hahaha Das ist ja cool Das ist ja cool War das so schwierig, das zu sehen, Leute, weil das sieht alles so gleich aus Das ist echt ein Overkill für die Augen Ja, das stimmt, das stimmt Ja, ja Und Taschenabill kann man auch erspärlich erkennen Das sieht einfach nur aus wie ein weißer Punkt irgendwo Ja, ja, das siehst du überhaupt nicht, also als Heim Ich kann's vergessen Ich hab' ne Taschenlampe So Ja, wir haben doch alle Taschenlampe Ich wollte das einstellen Oh, ja, ihr bist so schlecht Ja, gut Nö, ist egal, Megalotonen bei Megalotonen ist eh Ach, ja, wird nix eingestellt Hahaha Habe ich vergessen, sorry Alles gut Nicht schlimm Er sagt, es tut mir leid, aber in Wahrheit tut es gar nicht leid Nein, natürlich nicht Oh Gott Jetzt hab' ich mich verschluckt am kalten Kaffee, ist er widerlich Hahaha Ja Ich wette nochmal, Captain Stups Captain Stups Captain Stups, Captain Stups, gib ihm einen Schubs Ja Ist jetzt Stupsig 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 Ich hab' schon viele Heimbegegnungen, die Was kannst du mit der Roboter Hand machen? Aua 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 Ich wollte einen falschen Ende aus dem Knast raus Wie bitte was? Was? Aua 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 Da komm' Fischi, 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 Fischi Fischi Hä? Wo ist Fischi, denke? Da ist Fischi Hier ist Fischi Mein Fischi Mein Fischi Hallo Nein Mein Fischi War meine Vorarbeit So Martin, dafür schieße ich dir in den Sack So Das war klar Das war klar Oh 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 Habt ihr, habt ihr mal schon das Leben? Ja Hab ich Fand ich dir lustig Fischi, Fischi Ich musste grad Fisch dran Unsere Freunde Ich musste grad eher dran denken Das kleine Mädchen Ich weiß jetzt nicht wie die heißt DALA DALA Mit dem Megalon und so Fischi, Fischi Ja Fischi 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 Warte mal Tobi Ja, alles gut Suchen Ah, Alter, ja Fischi Nix da Guck mal, da schwimmt er Ich überhole ihn gleich, einen Moment. Warte, eine Spende für die Armen. Da, da ist er. Das klappt immer wieder, ist doch schön. So in der Zeit kann ich immer ein bisschen Gold sammeln. Ey, das wollte ich auch machen. Das sind meine Spendengelder. So, bei ihr mit euren Scheißdingern da. Was? Ihr seid voll schnell mit den Dingern. Ja. Scheiß. Das tauchst gut aus. Das hör ich öfters. Au, au, au. Ja. Am, 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 am. So. Wir haben weiter gefuttert. Jo. Alleine essen macht dick. Ja, stimmt. Willst du nicht mit mir teilen? Teilen? Also, du ist ein bisschen Mark, ich ist ein bisschen. Ja, ja. Wollte ich auch so schlagen. Was für Mark? Du Warten, Mark? Knochenmark? Ja, dein Knochenmark. Kannst du den Rest zu Ende knabbern. Aber dafür wird ich halt überhaupt nicht gegessen. Ach so, okay. Das erwarte ich schon. Vielleicht? Hallo. Gegenleistung. Gut, dass Martin gerade nicht zu den gesündesten Leuten gehört. Ist das schon mal gut? Ja, aber guck mal. Er jagt schon mal dich. Ja, ja. Er jagt mich. Ich weiß nur gerade nicht, wo du bist. Warte mal. Ich such mal, ich such mal wieder Tobi. Behind you. Da ist der Tobi. Guck mal, da. Hier ist er. Hier, guck mal. Da ist er. Nein, 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 nein. Boah, 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 Boah. Ich war gerade am Spenden sammeln. Mist, was wäre für eine Sackgasse? Bus Uhr. So Pech auch. Spenden sammeln? Duweißt, die Steuergelder eintreichen? Oh, nee, es geht gar nicht runter. Ja? Äh, Sauerstoffsteuer. Ja. Uh, hmm, hm, hm, hm. auch ein guter treibstoffsteuer ja natürlich lebenszeit steuern für jede sekunde die du lebst spaß ich zeig dir gleich mal spaß weil ich immer wieder bei tobi abschmiere das macht wirklich ich habe auch mal lang und da ich bin nicht lang hier schon alter ich bin blitzig fett für diese ganzen gehen gegangen jetzt zeige ich dir mal spaß gott jetzt hat diese raserei in den ende hier wir haben ein bisschen gold sammeln wer denn ach du bist ja weit weg das gut so er greifen mal mit acht marken ja im moment ich muss ja erstmal sammeln hier für den weltfrieden ich bin gelder klauen meine ich ich brauche auch eine andere waffe komisch bei mir wird der hapune angezeigt die gar nicht habe aber nur welchen scooter benutze ja und ist das spaß ja war schön ja sehr schön heilzahnarzt richtig fetzig ne ja aber wo ist denn der dicke da oben der dicke tobi was hat du gerade gesagt der dicke tobi ist so dick wie ein streichholt immerhin tobi ist wirklich ähm leptomorf nennt man das ne wenn man sagt du nennst leptomorf der tobi ist leptomorf äh kleptomorf vielleicht dr um ein artes b das ist dankeschön wo bist du denn wo seid ihr denn die leute ich sehe gar nichts tobi du hast mich aber auch hier irgendwo hin mann und die erzeugung ist gar gehandelt in sich bekommst du dich hier und hier ist fällig den arsch aufgerissen riesen magrele genau riesen magrele ahja ja du dreckst wie ja haben haie einen arsch also ich meine so im klassischen sinne ach schon ja aber einen arsch ich glaube nicht ich glaube nicht also im wissenschaftlichen sinne glaube ich nicht ne glaube ich nicht ganz ehrlich aber ich weiß es nicht ich bin ein haiexpert aber ich glaube nicht einen wo sie durchkötteln dann bestimmt ja das ist ja der arsch aber einen wohlgeformten einen wohlgeformten bestimmt nicht also für menschliche verhältnisse wohl nicht ja das wurde ja nicht für fischige bestimmt hey was hast du warum das tut weh ich bin blüter diese begründung ja ich bin blüter manche sagen die tun weh trotzdem macht man sie immer wieder ich bin die wehren ich habe da gerade was gesehen was rotes kannst du dir schon denken ich habe ihn ganz schönes ding verpasst ja der lebt nicht mehr lang ja das stimmt leider aber vielleicht kriege ich einen noch das lebt ich kann mich dabei die roten Pfeil nicht mehr von meinem Maschinengewehr komm her du aus dir mache ich Sardinen ganz viele ganz viele Sardinen dir mache ich Thunfischpizza was Stupfischpizza Stumpfisch 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 Thunfisch Stumpfisch 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 ich schwimm dann mal im Sonnenlicht ja ja genau schwimm ins Licht Tobi schwimm ins Licht ja genau schwimm ins Licht ich bin an der Oberfläche kannst du fliegen? nee schade das wärs ja noch ne nein der fliegen kann Fl- Fl- Fliegefische ah du bist zu weit weg na warte ey du da warte was ich hab grad nur fliegen und Fische gehört ja helf mal ein bisschen mit was wär denn du doch auch mal achso achso Verzeihung ich bin grade am Du dust nie etwas am Goldschirmel aber ich ganz schlimm doch klar ach Mist jetzt hab ich so ne scheiße Harpune äh Harpune du machst hier die Ruine nie sauber du räumst nie die Ruine die Steine trocken weg warum soll ich auch die Steine wegräumen ich räumst das Gold weg ich räumst das Gold weg das macht viel mehr Spaß du nimmst das ganze Geld immer nur für dich und was ich habe interessiert dich kein Stück ich geb das nur für Eiscreme und Kinobesucher aus ne achso ist schon die letzte Waffe die man hat man hat oh das ging ja schnell sehr gut oh man ja gut den machen wir auch noch fertig na warte wo 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 dafür sammle ich schon Dank für einen Schuss für einen Schuss den ich nie mal höre jo ich sehe hier einen hier ist einer hey ich war grad beschäftigt ja rumpspielen hab ich wohl gesehen hey äh hey sehr gut erkannt es handelt sich definitiv um einen Hai aber die Megalodone ist gar nicht so mega ne der war mal größer also einst als er damals noch lebte oh warte mal ich krieg da gerade irgendwas ich glaube hier hagelt es gerade so ein bisschen so da na 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 boah, was ist denn hier qual cool das ist jetzt in zwei Teile fällt dir das jetzt auf ja fällt mir jetzt auf entschuldigung ich hab sonst nicht so die möglichkeit hier mich umzusehen ne sag mal nimm mal den asphalt auf dem gesicht ich hatte gerade asphalt im gesicht man meine lungen sind voll teuer denn ich rauche nun mal sehr fällt mir im Asphalt ein Schlag Sabloch auf Gehe ich hin und wuste drauf. Wer bringt dir bloß ohne Spracharbeit? Sag dir jetzt nicht deine Mutter. Das Internet. Und ich selbst. So, schauen wir mal hier. Ach, hier ist ja so viel Gold. Ich glaube, Tobis ist hier gestorben. Ja, das ist gut. Wenigstens zerlasse ich was. Anders als andere. Ja, aber vielleicht so viel. Ich bringe euch tot und verderben. Das habe ich schon wieder wieder heute. Ich bin aber ganz schön schnell. Die will ich gar nicht, die Apune. Apun. 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 Was ist das? Keine Ahnung. Der Mann mit dem Zahnstocher. Aber ich habe gewonnen. Schade. Da ist ja auch nichts Neues. Tobidodon bleibt Tobidodon. Na gut, dann bis zur nächsten Folge. Und nächste Folge mit dem Quinsel. Tschüss. Tschüss. Tschüss.